Wir sind heute in Davos-Klaris und wollen den Amselturm besteigen. Das ist dieser markante Felskopf hinten links im Bild. Ja, das verspricht ein ziemliches Abenteuer zu werden. Es geht weglos und zum Schluss ist eine kleine Kraxerei angesagt. Ich lasse mich überraschen. Auf einfachen Wanderwegen kommen wir zuerst zu den Hütten der Bärentaler Alb. Von hier aus führt der Weg noch etwas weiter und wir kommen zum Anfang eines langgezogenen Grasrückens, der uns weit hinauf zum Fuss der Amselflur und des Amselturms führt. Wir sind jetzt weglos im Aufstieg auf dem Grasrücken. Zum ersten Mal kommt jetzt da hinten der Amselturm in Sicht. Noch ziemlich weit weg. Von hier aus sieht es noch mal ein bisschen steiler und abweisender aus. Ich muss sagen, auf der Karte sah das alles wesentlich weniger steil aus. Wir laufen nun immer weiter in Richtung von diesem Geröllkessel unterhalb der Amselflur. Und von dort hoffen wir, dann einen Weg rauf zu finden. Ja, sehr unheimlich schaut das aus. Ich sage jetzt mal nichts weiter dazu. Manchmal ist es ja so, dass wenn man direkt davor steht, dass alles viel harmloser ist dann. Aber ja, wie unten schon gesagt, lassen wir uns überraschen. So, der Aufstieg übers Geröll beginnt hier hinten in Richtung Gratlücke. Ich gehe jetzt einfach mal und denke, wenn nichts nach. Also beruhigend ist, dass hier überall Steinmänner rumstehen. Das heißt, hier sind wirklich Leute schon raufgekommen. Also von daher geht es weiter. Super beeindruckend, wie wir hier direkt unter diesen riesigen Felswänden vom Amselturm hier hochlaufen. Ein Rastplatz. Wow. Wir sind jetzt auf der Grathöhe. Sehr unheimlich. Ich gehe noch mal in mich, ob ich nicht hier warte. Oh, lecker. Oh, mein Gott. Guck mal lieber nicht runter. Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Amselturm. Hier sieht man jetzt gut diesen Riss mit diesem Klemmblock. Und ganz hinten oben sieht man schon Steinmann. Ich sehe den Steinmann. Ja. Und Susanne wartet jetzt erst mal hier. schon ein paar Meter weiter hier. Susanne wird immer kleiner am Horizont. Ich bin jetzt hier gerade über dem Klemmblock. Es wird noch lustig. Es wird noch lustiger Babstieg. Geht die Route dann rechts weiter? Ja. 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 Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie auf dem gleichen Weg wieder runterkomme. Vielen Dank.